Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine Gefühlslage. Gerade diesen besonderen Zauber zu erhalten, wird in Zeiten von Hektik und Stress immer schwieriger. In der Arcade Lietzen hat man es sich zur Aufgabe gemacht, die Zeit ein wenig anzuhalten und den Zauber von Weihnachten gemeinsam zu leben. Mit einem liebevoll gestalteten Weihnachtsmarkt, mit selbstgemachten Produkten, gebastelten Geschenksideen und Handwerkskunst wird zum Verweilen eingeladen. Das Tourzeitenklinge verzauberte die Besucher der Arcade zusätzlich mit traditionellen und keltischen Weihnachtsliedern und ließ jeglichen Stress abfallen. Ja, super. Der ist so schön hier innen beim eigenen und ich muss sagen, ich mache ein gutes Geschäft, ich habe meine Stammkundschaften. Das ist das ganze Rad drumherum, ja. Schön, ja. Wir kommen einmal oder zweimal im Jahr da rein und das ist eigentlich uns sehr sympathisch, das ganze Geschäft da, ja. Ja, es ist eine wunderschöne Arcade, unsere Arcade und das ist im kleinen Rahmen, finde ich, und für die Leute ist es sicher entspannend, bei uns da herumzuschmöckern. Ich gehe immer wieder gerne in die Arcade. Ich bin ja heute in Lürzen gefahren, weil ich habe einen Keks gebrochen und jetzt muss ich ein wenig runter und jetzt lasse ich mir die Musik an, weil das gefällt mir so gut. Und das ist so viel schöner. Und da kommt das Grießkindl. Miteinander Kekse zu backen und zu verzieren bedeutet für die kleinsten Besucher der Arcade-Liedsen mit ungetrübter Freude die Wartezeit auf das Grießkind schneller vergehen zu lassen. Es ist sehr toll, immer das Kekse backen, es kommen immer sehr viele Kinder und man kriegt die Weihnachtsgefühle auch durch die Weihnachtsmusik und durch das Kekse backen, also es ist echt nett. Die Kinder stecken die Kekse aus, sie verzieren die Kekse und dann geben wir sie ins Rohr mit ihren Namen darauf und dann kommen die Kekse in einen Sackerl hinein für die Kinder. Weihnachten ist eine Zeit, um innezuhalten. In der Arcade-Liedsen wird Weihnachtsstimmung gelebt und Freude zelebriert. Wenn wer stresslosen Einkauf sucht und trotzdem alles kriegen möchte, aber ohne Menschenmassen, die sich schieben, mit schöner Dekoration, mit weihnachtlicher Tradition, dann soll er in die Arcade kommen. Ich kann es nur sagen, schaut euch das an, liebe Leute. Trotz vorweihnachtlicher Hektik, Ruhe und Zeit zu finden, ist oft die größte Herausforderung an einen jeden von uns. So, dass es gemeinsam möglich gemacht wird, sich auf einen Weg zu einem Fest der Familie zu machen, in der Arcade, im sympathischen Einkaufszentrum von Liedsen.